so wir machen heute weiter mal noch mit Hogwarts Legacy und ich muss mal befürchten dass ich die Spielzeit kann ich ein bisschen runterstellen die Dings die Spieler die gespielt die Schwierigkeiten kann ich nicht oder Gameplay geht nicht doch hier ich stelle es nur wirklich für den Kampf runter ich muss es nicht unbedingt auf der höchsten jetzt haben so gehen wir mal runter aber wir wollen noch die komischen Dings machen also das ist nur jetzt wirklich für diesen Fight hier sie ist fast fertig noch so die habe ich ja nicht gesehen so jetzt kommt noch mehr von denen jetzt kommt auf die zwei Big Boys ist aber man merkt man unterschiedlich aber wir wollen es natürlich jetzt weiter war man die haben mich jetzt auch mal kurz weggekehrt das wird jetzt machen aber nein nein jetzt nicht sie ist fast fertig ich muss das noch einmal raus hier gerade jetzt kommen noch mehr von denen die zwei ja noch tschüss tschüss So. was für dieses ding was für viele maps aber wir haben sie dann gott sei noch an die licht er war nicht ohne aber wie gesagt wir haben sie jetzt ein bisschen unter da fehlt noch eins so dass das wo waren wir denn also ich muss die höhe über die höhe auf jeden fall noch machen da das nächste symbol könnte versteckt sein ja ja ich habe auch noch nicht gefunden bisher hier ist zwar nirgends ein kopfloses skelett aber dafür kann ich mich wenigstens hier also ich hatte eigentlich gedacht okay du machst du so ein bisschen nebenbei nehmen wir weniger machen also nicht nebenbei vor wegen mit hockwurz und so wie sie nicht wirklich viel im schloss wir machen wir haben sehr viel aus der welt verboten abteilungen ziemlich lange genau das ding dauert jetzt echt schon lange das überreste herankommen und an die seiten ist das denn da zwei wochen drei wochen drei wochen so sieht man sich wieder richard jack tor dass du all die jahre diese seiten gehütet hast die karte deines verderbens jack tor ist hinter diesem raum noch etwas mit sicherheit das wird jetzt weg so jetzt noch die drei war ja natürlich mit ansage die drei kollegen ich habe keine alte magie ja ich hab' ich hab' die kandidaten da machen oder was Ah, geht's. Der Kollege, der nicht noch gekommen wäre, dann. So, Geschichte. Ich muss mal bitte durchmachen, da ist das nicht ganz ohne, vielleicht sind die Dinger nicht ganz easy, das ist so schwer, so einfach. So Geschichte, so jetzt kommen noch zwei von denen oder was. So, den haben wir mal Kleinholz. So, jetzt entwerfen wir den kurz mal. Geschafft. Babi, Junge. Alter, Jo. Das ist unheimlich. Ey, das ist öfter so männlich. Das habe ich schon mal gesehen. Ja, das kennen wir die Geschichte. Untersuche die mysteriöse Kraft. Das frage ich mir auch gerade, wo ich bin. Ähm, 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 äh, eine gute Idee oder eine schlechte Idee? Okay. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Okay, wir können hier ruhig erstmal laufen. Okay. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier rausgefunden habe. Das frage ich mir auch gerade, ja. Zieh weiter. Ja. Wo bin ich hier? So, dann sind wir hier. Wir sehen uns wieder. Find ich ein bisschen. Deine Ahnung, wir sehen uns wieder. kann das sein aber auch den namen nicht mehr bekannt war weg haben wir auch von es ist das kreative sie sind es hat endlich jemand unsere kartenkammer entdeckt ich kenne sie aus dem dankario sie sind professor recker der bin ich ich bin offengesagt überrascht eine so junge person vor mir stehen zu sehen ich bin genauso alt wie sie und isadora morganock als sie in hogwarts anfing gut aufgepasst und ich nehme an dass sie unsere fähigkeit teilen dass ich spuren alter magie sehen kann ja das stimmt wie sie vermutlich schon wissen gewährt uns unsere fähigkeit eine besondere beziehung zu magie aller art wir haben zugang zu seltenen formen der magie möglichkeiten werden sich auftun um dieses talent zu stärken diese sollten sie nutzen werde ich professor danke dann haben wir viel zu bereden doch zuerst eine karte aus einem bestimmten buch führte sie her legen sie es auf das potest ich habe das buch nicht bei mir das ist ungünstig ich fürchte wir können unser gespräch erst fortsetzen wenn sie das buch dabei haben ja gut ich werde das buch sofort holen gut wir sprechen uns wieder wenn das buch an seinem platz ist so ok mal kurz gucken wir mal talenter zauber sprüche schleichen raum der wünsche zauber sprüche fünf verfügbare talenten punkte ich kann mal mit schleichen hoppala nein da kann ich nicht okay dunkle künzer super so verlasse die kartenkammer anders geht es jetzt noch nicht anders geht es jetzt erstmal nicht aber wir haben sich die aufgabe erst mal erledigt wir haben jetzt erstmal verdienen ich habe die seiten und die kartenkammer gefunden was soll ich mit dem buch die kartenkammer flohnetzwerk so verlasse die kartenkammer immer noch sind wir haben da und machen wir doch gerade gerne damit sind wir noch das buch besorgen das wird wahrscheinlich eine späteren quest kommen ich habe ihm versprochen dass ich meine studie nicht vernachlässige ich habe wohl genug um mich abzulenken bis er mit dem buch zurückkommt die städte aus der ruhe städte das haben wir auch abgeschlossen die aufgabe so neue auftrag verfügbar unterrichtschunde fliegen so ausrüstung gucken dann machen wir feiern so auf die auf die auf die auf die auf die auf die okay brauchen wir wünschen müssen wir machen da der karium beschützer ja bekämpft sie müssen die pulso lernen den verscheuche zauber damit können sie objekte oder gegner wegstoßen erledigen sie die erforderlichen aufgaben und suchen sie mich in meinem klassenzimmer auf professor scharp möchte dass wir ins klassenzimmer kommen aber in der ersten in der nächsten folge geht es erst mal ums fliegen lernen das ist zumindest der gedanke dahinter ja schlüssel da würde ich sagen jetzt müssen wir gucken wo lang müssen weil ich hier äh doch ist richtig hier müssen wir wo lang also unabhängig davon ist nichts los hier aber ähm gut hof des glockenturms haben wir freigeschaltet die schlösser kann man noch nicht öffnen ohne hallo mora das müssen wir noch machen gut ich würde sagen wir machen einen kleinen break hier wir sehen uns in der nächsten folge wieder bei Hogwarts Legacy und dann geht's fliegen ww w mast w w w w w w w w